Ich lerne Deutsch. Nummer 10.788 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Mein Lieblingsfund auf dem Flohmarkt war eine alte Schreibmaschine. Mein Lieblingsfund auf dem Flohmarkt war eine alte Schreibmaschine. Ich gehe ins Wasser, obwohl es noch kalt ist. Ich gehe ins Wasser, obwohl es noch kalt ist. Lauf schon mal voraus. Die Überraschung wartet auf dich. Lauf schon mal voraus. Die Überraschung wartet auf dich. Mein erster Geburtstag ist etwas ganz Besonderes. Mein erster Geburtstag ist etwas ganz Besonderes. Teamarbeit ist oft der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg in der Geschäftswelt. Teamarbeit ist oft der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg in der Geschäftswelt. Die ersten Töpfer stellten aus Ton Gefäße zum Kochen, Essen und Aufbewahren von Lebensmitteln her. Dieser Apfel hat nur wenige Kalorien, aber er ist gesund und macht dich satt. Dieser Apfel hat nur wenige Kalorien, aber er ist gesund und macht dich satt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank.